Es war ein verlarvter Henker, der mit einer unsichtbaren Guillotine-Ambulante durch die von Paris zog. Ich rede von der Cholera, die seitdem hier herrscht, und zwar unumschränkt. Aaaaaah! Gefässerter Mann, wie ich bin, konnte ich mich doch des tiefsten Krauts nicht erwehren. Man kann an den Sterbebetten das Sterben lernen und nachher mit heiterer Ruhe den Tod erwarten. Aber das Begrabenwerden unter die Cholera-Leichen in die Kalkgräber, das kann man nicht lernen. Ich rettete mich so rasch wie möglich auf den höchsten Hügel des Kirchhofs, wo man die Stadt so schön vor sich liegen sieht. Heinrich Heine Untertitelung des ZDF, 2020